Verdiene 500 Euro pro Tag das Ganze von zu Hause aus und komplett online. Klingt spannend, ist es auch, deswegen schau dir dieses Video auf jeden Fall jetzt bis zum Ende an. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf unserem Kanal. In diesem Video möchte ich dir mal wieder eine seriöse Plattform vorstellen, mit der du es schaffen kannst, von zu Hause aus sehr, sehr gutes Geld zu verdienen. Auch deutlich mehr als zum Beispiel bei allen möglichen anderen Nebenjobs. Das Ganze kann man sowohl nebenbei als auch hauptberuflich machen. Es wird ein sehr, sehr spannendes Video, deswegen einen Daumen hoch geben für dieses Video, wenn du mehr von solchen Methoden zum Online-Geldverdienen in Zukunft haben möchtest. Und dann geht es auch direkt schon los. Mein Name ist Leon Kramer und hier auf diesem Kanal gibt es immer die neuesten und besten Methoden in den Bereichen Online-Geldverdienen und passives Einkommen aufbauen. Wer dich diese Themen interessieren und du auch in Zukunft lernen willst, wie du es schaffen kannst, seriös und langfristig Online-Geld zu verdienen, dann kannst du diesen Kanal gerne komplett kostenlos abonnieren und die Glocke aktivieren. Da bist du mal auf dem neuesten Stand und verpasst keine weiteren Videos mehr, die dir dabei helfen, neue Einnahmequellen im Internet aufzubauen. Dann würde ich sagen, geht es jetzt auch schon direkt los mit der Methode. Und zwar funktioniert das Ganze mit der Seite Malt.de, ist eine deutsche Plattform, die wirklich sehr, sehr gut dafür geeignet ist, Online-Geld zu verdienen. Hier arbeiten bereits über 50.000 Unternehmen mit der Plattform zusammen, auch sehr, sehr große Unternehmen wie zum Beispiel Allianz, L'Oreal, Blablacar, Contest und so weiter und so fort. Und hier könnt ihr wirklich richtig, richtig gut von zu Hause aus Geld verdienen. Das Schöne ist, ihr könnt das Ganze, wie gesagt, vor Ort machen, zum Beispiel hier steht es ja auch in Hamburg, München, aber auch komplett remote, also wirklich von zu Hause aus in einem Homeoffice-Job. Und um zu beweisen, dass man hiermit wirklich sehr, sehr gutes Geld verdienen kann, gebe ich hier einfach mal ein paar Beispiele. Und zwar hier könnt ihr nach euren Fähigkeiten bezahlt werden. Beispielsweise ihr habt Fähigkeiten im Bereich Texten. Das heißt, wir können ja mal Texte eingeben. Dann können wir ja mal sehen, wie viel man hier zum Beispiel als Texte verdienen würde. Und das ist wirklich schon beachtlich. Und zwar hier seht ihr beispielsweise als Texter verdient man hier bis zu 650 Euro oder eben 600 Euro am Tag. Hier zum Beispiel ganz normal Texte schreiben, 550 Euro am Tag, Text, Lektorat etc., Text, Konzept. Also die Leute verdienen wirklich richtig, richtig gutes Geld damit, dass sie eben Texte schreiben. Und hier sehen wir auch, die Leute hier haben auch schon Bewertungen. Hier zum Beispiel neun Bewertungen und diese Person verdient 600 Euro am Tag. Und das lohnt sich wirklich extrem, was mir auch besonders gut gefällt. Hier haben wir auf der Seite einen Regler. Das heißt, hier sieht man, wie viel so der Durchschnitt verdient. Und hier gibt es wirklich Leute, die natürlich ein bisschen weniger nehmen, die zum Beispiel 100 Euro oder 120 Euro am Tag verdienen. Aber auch im Durchschnitt, hier sehen wir, hier ist immer der Durchschnitt, wo es am höchsten ist, logischerweise. Hier sehen wir, verdienen die Leute im Schnitt 400, also 480 bis ungefähr 600 Euro, also ungefähr 500 Euro pro Tag. Es gibt auch Leute hier, sehen wir den kleinen Ausschlag hier, die sogar 1000 Euro am Tag verdienen. Und das ist einfach mal genial. Das heißt, wir können hier nochmal weiterklicken und uns nochmal ein paar andere Bereiche anschauen, was auch immer sehr, sehr interessant ist für die Leute, die immer sagen, ja, ich habe aber keine Fähigkeiten, keine Skills. Doch, hast du. Besonders, wenn du jetzt zum Beispiel jünger bist, hast du mit Sicherheit Fähigkeiten im Bereich Social Media. Das heißt, Social Media ist auch eine sehr, sehr interessante Sache. Social Media Manager beispielsweise auch wieder natürlich remote, bedeutet von zu Hause aus. Und hier werdet ihr auch sehen, hier kann man auch richtig gut bezahlt werden. Hier 550 Euro am Tag für Social Media Arbeit. Und was ist denn Social Media Arbeit jetzt speziell? Beispielsweise kann Social Media Arbeit sein, dass ihr für ein Unternehmen, für eine Firma, eine Instagram-Seite erstellen müsst oder zum Beispiel Instagram-Beiträge oder zum Beispiel ein paar Bilder aufnehmen für die Seite oder für die Website. Und das ist eben eine Arbeit, die jeder machen kann. Jeder, der sich, jeder weiß heutzutage, beziehungsweise die meisten, wahrscheinlich gerade auch die Jüngeren, wissen natürlich, wie man eine Instagram-Seite erstellt, wie man zum Beispiel einen Facebook-Account, einen YouTube-Account eröffnet. Und das könnt ihr einfach für Unternehmen machen. Gerade in Deutschland ist es natürlich so, dass viele Unternehmen, gerade auch im Bereich Social Media, Digitalisierung allgemein, dass die da extrem hinterher hinken und die meisten Leute, zum Beispiel der 60- oder 65-jährige Chef von einem alten und deutschen Unternehmen, hat vielleicht gar keine Ahnung von Social Media und da kommt ihr eben ins Spiel und könnt dort richtig gutes Geld verdienen. Hier teilweise auch 700 Euro am Tag. Und das sind eben Summen, die hören sich vielleicht auch auf den ersten Blick viel an. Aber für eine große Firma sind 400 oder 500 Euro pro Tag jetzt nicht viel, wenn sie dafür dann eben einen vernünftigen Social Media Account haben. Ansonsten ist noch ein sehr, sehr guter Bereich, den ihr natürlich auch verwenden könnt, Übersetzung, das ist auch eine Sache, die eigentlich im Prinzip jeder machen kann. Gerade auch Englisch-Deutsch haben, denke ich mal, die meisten von euch auch in der Schule gehabt. Wenn nicht, ist es auch nicht schlimm. Als Übersetzer kann man auch ganz gutes Geld verdienen. Hier teilweise auch 450 Euro am Tag oder auch 500 Euro am Tag. Klar, es gibt natürlich auch immer Leute, die nur 120 Euro pro Tag nehmen. Aber ich sage auch ganz ehrlich, gerade auch bei größeren Firmen ist es so, dass die Leute bzw. die Firmenleute wollen auch Leute haben, die professionell wirken. Und dann, wenn ihr eher höhere Preise habt, dann wirkt ihr automatisch professioneller, als wenn ihr jetzt der günstigste am Markt seid. Das heißt, ihr gebt hier einfach eure Fähigkeiten ein. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel euch mit dem PC auskennt, mit Social Media auskennt, gebt ihr das Ganze einfach mal ein und klickt dann hier auf Suche. Und dann könnt ihr schon mal in etwa sehen, okay, wie viel verdienen denn die Leute in dem speziellen Bereich. Und dann, wenn ihr dann selbst hier anfangen wollt, mit der Plattform hier Geld zu verdienen, klickt ihr einfach hier oben rauf, bzw. hier könnt ihr auch das Land auswählen, aber hier klickt ihr dann eben rauf auf Ich bin Freelancer. Dann öffnet sich hier schon diese Seite. Und hier könnt ihr dann ganz normal einfach in kürzester Zeit ein Profil erstellen und könnt dann hier von Firmen gefunden werden. Und die Firmen können euch dann direkt auch buchen. Und dann könnt ihr auch schon direkt mit dem Geldverdienen anfangen. Das heißt, ihr könnt hier erstmal eine Kategorie auswählen. Das heißt, hier beispielsweise auch Videospiele ist ja auch im Bereich. Und da sind mit Sicherheit auch gerade bei den Jüngeren viele dabei, die sich damit gut auskennen. Bild und Ton, Marketing, Kommunikation, Support, Texte, alles Mögliche ist hier abgedeckt. Das heißt, jeder kann sich doch irgendwo hinsetzen und zum Beispiel ein paar Telefonate im Support oder entgegennehmen oder ein paar E-Mails beantworten oder ein paar Texte schreiben oder ein paar Social Media Aufgaben erledigen. Das hier ist wirklich für jeden was dabei. Also die Ausrede, ja, ich habe keine Fähigkeiten, die zählt hier tatsächlich nicht, weil jeder kann hier mit seinen Fähigkeiten, die er hat, eben Online-Geld verdienen. Das heißt, ihr wählt dann hier die ganzen Sachen aus, klickt dann hier auf Weiter. Wenn ihr beispielsweise jetzt im Bereich Videospiele Ahnung habt, könnt ihr hier beispielsweise als Game Designer oder Level Designer was machen und dann hier auf Bestätigen klicken. Ich ziehe es mal kurz runter, zack. Und dann könnt ihr hier das Ganze nochmal ein bisschen näher beschreiben. Ihr könnt dann auch reinschreiben, ob ihr das Ganze jetzt von zu Hause aus machen wollt oder irgendwo in einer größeren Stadt beim Unternehmen vor Ort. Das ist euch ganz frei überlassen. Dann klickt ihr einfach auf Weiter und könnt dann eben hier euer Profil ausfüllen. Und dann müsst ihr eben euch noch ein bisschen von der Konkurrenz abheben. Das heißt, wenn ihr vielleicht 100 Euro günstiger seid oder noch einen weiteren zusätzlichen Service anbietet, zum Beispiel zu der Social Media, Instagram-Betreuung, beispielsweise noch 10 Posts oder 10 Beiträge inklusive habt, dann hebt ihr euch von der Konkurrenz ab und dann bekommt ihr auch viel, viel schneller die Aufträge. Und dann ist es auch so, wenn ihr dann zum Beispiel die ersten Bewertungen habt, wie hier zum Beispiel die Ariane Sophie Schneider, die hat hier schon fünf Bewertungen, die wird dann eben super malter. Das heißt, wenn man hier zum Beispiel gute Leistung abliefert, kann man auch hier ausgezeichnet werden. Und dann ist die Chance natürlich nochmal deutlich, deutlich höher, dass ihr dann gebucht werdet. Und ja, dann könnt ihr noch deutlich, deutlich mehr Geld hiermit verdienen. Das heißt, mit dieser Plattform könnt ihr sowohl nebenbei als auch Vollzeit Geld verdienen. Und ihr seht ja schon, wenn ihr hier zum Beispiel nur sechs Tage dabei habt, an denen ihr 500 Euro verdient, habt ihr schon 3.000 Euro verdienen. Das ist ja schon mehr, als die meisten in ihrem Hauptjob verdienen. Deswegen, Online-Geld verdienen ist eine Sache, die jeder machen kann, die jeder auch von zu Hause aus machen kann. Deswegen schaut euch das Ganze hier auf jeden Fall an und macht es auch, testet es aus und bewerbt euch ruhig, beziehungsweise gebt ihr auch ruhig verschiedene Aufgaben an, beziehungsweise gebt ihr verschiedene Anzeigen auf. Das heißt, ihr könnt ja im Bereich Texter aktiv werden, im Bereich Übersetzung. Im Bereich Social Media, im Bereich Gaming. Es gibt hier so viele Möglichkeiten. Schreibt gerne jetzt mal in die Kommentare, welche Bereiche ihr am spannendsten findet und in welchen Bereichen ihr aktiv werden wollt. Und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß und natürlich auch Erfolg hier beim Geldverdienen mit dieser Plattform. Jetzt natürlich nochmal eine ganz wichtige Frage, gerade auch in Deutschland oder auch natürlich im deutschsprachigen Raum. Wie sieht es denn aus mit dem ganzen Thema Steuern, Gewerbe, Finanzen? Was muss man da beachten? Und da haben wir natürlich auch eine Lösung für euch vorbereitet. So, und zwar, wenn ihr auf den Link in der Videobeschreibung klickt, auf www.teamleon.de, kommt ihr direkt auf diese Seite. Da habe ich euch natürlich alles in der Videobeschreibung verlinkt. Dann könnt ihr euch gerne nochmal kurz dieses Infovideo anschauen. Und hier haben wir eben ein komplettes Programm, beziehungsweise einen kompletten Kurs für euch aufgenommen, wo wir alle Themen, zum Beispiel das ganze Thema Gewerbeanmelden, Steuern, Finanzamt ganz genau besprechen, weil gerade am Anfang hat man da natürlich viele Fragen. Das hatten wir vor einigen Jahren, als wir angefangen sind, mit dem ganzen Thema Online-Geldverdienen auch. Und damit man da von vornherein alles richtig macht, haben wir hier eben alles ganz genau für Anfänger erklärt. Plus zusätzlich bekommt ihr noch 20 weitere Wege zum Online-Geldverdienen für Anfänger, die wir gar nicht auf YouTube zeigen. Das heißt, wenn euch diese Videos hier auf YouTube schon gefallen, dann wird euch dieser Kurs begeistern, beziehungsweise umhauen. Das kann ich euch garantieren. Insgesamt bekommt ihr 85 Videos in HD-Qualität, insgesamt über 11 Stunden Laufzeit. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Zugeschickt. Das Ganze natürlich per E-Mail. Und ja, das Beste ist, aktuell könnt ihr auch schon für nur 0 Euro starten. Das heißt, wir haben hier aktuell eine Aktion. Hier zeigen wir auch nochmal die Einnahmen von einigen Projekten. Eine aktuelle Aktion, bei der man eben einen 24-stündigen, komplett kostenlosen Test hat. Dazu klickt ihr hier einfach auf für 0 Euro starten drauf. Dann kommt ihr direkt auf diese Seite. Hier seht ihr auch schon, was alles mit enthalten ist. Also das ist wirklich extrem umfangreich alles. Und ja, dann könnt ihr hier eben aktuell für nur 0 Euro starten, innerhalb der ersten 24 Stunden. Und wir haben hier eben noch eine Sonderaktion. Und zwar innerhalb der ersten zwei Monate. Wenn man dann eben komplett dabei sein möchte, zahlt man auch nur 1 Euro. Das heißt, man kann hier mit dem Kurs sich schon die ersten Einnahmequellen für das neue Jahr aufbauen. Und dann eben ganz entspannt in mehreren kleineren Raten unter 50 Euro das Ganze dann abbezahlen. Ja, wenn ihr hier starten wollt, klickt ihr einfach hier rauf. Und könnt dann eben starten. Habt dann eben Zugriff auf alle möglichen Optionen. Und ja, eine sehr, sehr coole Sache. Wichtig, das Ganze wird eben per E-Mail zugesendet. Das heißt, schaut auf jeden Fall auch im Spam-Ordner nach. Denn es könnte eben auch im Spam-Ordner landen. Die E-Mail deswegen genau schauen im normalen E-Mail-Ordner und auch im Spam-Ordner. Ja, wieder mal eine absolut geniale Methode zum Online-Geld verdienen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, gebt natürlich gerne einen Daumen hoch und testet das Ganze aus. Ich habe euch alle Sachen natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Ja, dann würde ich mal sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich werde euch jetzt nochmal hier ein weiteres Video einblenden. Klickt da gerne rauf. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, bleibt gesund und tschüss. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.